Kupliantur Ina macht immer mehr Fortschritte Im Juli mussten die Influencerin und ihre Ehefrau Vanessa einen schweren Schicksalsschlag verkraften, Ina erlitt einen Schlaganfall und das kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter. Doch mittlerweile scheint sie wieder auf dem Weg der Besserung zu sein, denn im Netz zeigt das Paar, wie sie sich zurück ins Leben kämpft. Nun posteten Kupliantur stolz ein Video von Inas ersten Gehversuchen. In der Instagram-Story ihres gemeinsamen Accounts teilten Ina und Nessie einen herzerwärmenden Moment, auf den Arm ihrer Liebsten gestützt wagt Ina die ersten Schritte seit ihrem Schlaganfall. Unsicher, aber tapfer läuft sie so die kurze Strecke des Krankenhausflores runter. Du kannst. 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 Du kannst.